In Reinräumen kommt das Universal-Klima-Messgerät Testo 400 bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. Wir beginnen mit der Messung des Differenzdrucks nach Norm ISO 14644 Teil 3, in unserem Fall zwischen Personalschleuse und Reinraum, um die Differenzdruckkaskade nachzuweisen. Hierzu verbinden wir den Druckschlauch mit dem Testo 400, führen diesen unter der Tür in die Personalschleuse und beginnen den Differenzdruck zu messen. Durch die im Idealfall vorhandene Druckkaskade zwischen 5 und 20 Pa wird eine Kreuzkontamination zwischen den Räumen vermieden und der Partikelfluss von Reinraum zur Personalschleuse gesteuert. Als nächstes messen wir die Strömungsgeschwindigkeit in einer Werkbank nach Norm EN 12469, um die Funktionalität hinsichtlich Produkt- und Personenschutz sicherzustellen. Dafür benutzen wir die Laborabzugssonde, die im Idealfall auf einem kleinen Stativ befestigt wird. Wir messen an 8 unterschiedlichen Messpunkten jeweils 60 Sekunden, um die durchschnittliche Verdrängungsströmung in der Werkbank zu bestimmen. Im nächsten Schritt führen wir die Messung des Zuluftvolumenstroms am Deckenfilter nach Norm aus. Mit der 100 mm Flügelradsonde plus Teleskop und 90 Grad Winkel messen wir in einem Abstand von 15 bis 30 cm zur Frontfläche des Filters an 4 Messpunkten für jeweils 10 Sekunden je Filter. Das Testo 400 errechnet uns anhand der Durchschnittswerte den Gesamtvolumenstrom je Filter, um die Selbstreinigung im Reinraum zu überprüfen. Abschließend messen wir noch die Temperatur und Feuchte im Reinraum. Hierzu verwenden wir den hochpräzisen Feuchtefühler und ein Stativ, um in der vorgeschriebenen Höhe von 1,10 m nach Norm über eine Stunde mit einem Messtakt von einer Minute zu messen. Diese Messung führen wir an zwei verschiedenen Messpunkten im Reinraum durch, um Unregelmäßigkeiten aufzudecken. Für sämtliche Reinraummessungen lassen sich mit dem Testo 400 schnell digitale Berichte mit allen relevanten Informationen erstellen. Diese können Sie noch direkt vor Ort als PDF per E-Mail versenden.